Hallo und herzlich willkommen zur letzten Sitzung in diesem Semester. Normalerweise beginne ich ja unsere Vorlesungen zum Thema organische Synthesechemie immer mit so einer kleinen Zusammenfassung all dessen, was wir bisher so gemacht haben. Das möchte ich mir heute ausnahmsweise einmal schenken, denn im Prinzip ist diese ganze letzte Vorlesung eigentlich eine Zusammenfassung dessen, was wir bisher gemacht haben, unter Erweiterung um einen ganz, ganz bestimmten Faktor. Denn wir beschäftigen uns ja jetzt seit zwei Wochen schon mit dem Thema Stereochemie und der Frage, wie kann ich Stereozentren in einer Synthese so ausrichten, wie ich das möchte. Und letzte Woche haben wir uns damit beschäftigt, wie ich bereits vorhandene Stereozentren in einem Molekül dafür benutzen kann, um ein neues Stereozentrum so auszurichten, wie ich das haben möchte. Das Problem dabei ist natürlich, dass ich erstmal irgendwie ein Stereozentrum in meinem Molekül-Innenzyomeren reinherstellen muss. Und das ist quasi das, womit wir uns heute beschäftigen. Schauen wir uns einfach mal den normalen Fall der organischen Synthese an. Sagen wir, wir machen ein chirales Produkt aus einem archiralen Edukt. Wann immer ich ein archirales Edukt habe, das ich nur mit archiralen Reagenz wird, in einer archiralen Umgebung umsetze und damit ein chirales Produkt mache, dann entsteht dieses chirale Produkt als ein Razzemat. Das ist zum Beispiel hier bei dieser Synthese von Binol aus einem Naftol der Fall. Das kann ich hier mit einem Kupferkatalysator unter oxidativen Bedingungen machen. Dann erhalte ich hier dieses axial chirale Molekül. Sie erinnern sich noch an vorletzte Woche. Da hatten wir über solche sogenannten Atropisomere gesprochen. Die sind rotationsgehindert. Das heißt, hier macht es einen Unterschied, ob hier der untere Ring nach vorne oder nach hinten guckt. Je nachdem habe ich es dann mit einem R- oder S-Binol zu tun. Das Problem ist aber, wenn ich jetzt diese beiden Bausteine zusammensetze, dann gibt es hier nichts, was den Bausteinen sagt, hey, setz dich bitte zu dem S- oder setz dich zu dem R-Binol zusammen. Denn ich habe nur archirale Reagenzien, archirale Katalysatoren und archirale Edukte. Das heißt, wann immer ich was archirales nehme und daraus was chirales mache, erhalte ich ein rhazemisches Gemisch, sprich ein 1 zu 1 Gemisch der beiden Enantiomere, die ich da haben könnte. Was mache ich jetzt aber, wenn ich nur ein Enantiomere haben möchte und nicht das andere? Naja, eine Möglichkeit wäre zum Beispiel erstmal das rhazemische Gemisch zu machen und dann irgendwie dieses Gemisch aufzutrennen. Damit ich das Gemisch aber auftrennen kann, muss ich irgendetwas Enantiomerenreines haben. Denn jedes der beiden Enantiomere wechselwirkt ja mit etwas archiralem Gleich. Ihre Hand ist das klassische Beispiel für etwas chirales. Der Stift ist archiral. Den Stift kann ich sowohl in die rechte Hand nehmen, als auch in die linke Hand. Aber wenn sich zwei Hände treffen, also Sie Hände miteinander schütteln wollen, dann passen rechte Hand sehr gut in rechte Hand und linke Hand nicht so gut in rechte Hand. Oder anderes Beispiel, wenn Sie Ihre Enantiomorphen Schuhe an die falschen Füße ziehen, kriegt es irgendwann wunde Zehen. Ganz ähnlich ist es, wenn Sie ein rhazemisches Molekülgemisch trennen wollen. Das heißt, Sie brauchen irgendetwas Enantiomerenreines, chirales, das Sie mit den Molekülen wechselwirken lassen können und das damit R von S unterscheidet. Und das können Sie in unterschiedlicher Art und Weise machen. Sie können zum Beispiel eine Chromatographie machen, wo Sie etwas Chirales auf der festen Phase binden und durch die unterschiedliche Interaktion mit der festen Phase die Retentionszeit verändern und so das eine Enantiomere schneller drüber fließen lassen als das andere. Also Stichwort Chirale GC, Chirale HPLC. Die Frage ist dabei natürlich, woher kriegen Sie denn das Enantiomerenreine Chirale Zeug, was Sie an Ihre feste Phase packen bei der Chromatographie? Naja, am Ende des Tages sind das irgendwelche Naturstoffe, die Sie da verwenden müssen. Denn alles, was wir in der Umwelt finden, was Enantiomerenreines, wird irgendwie von lebenden Organismen erzeugt. Also sowas wie Zucker zum Beispiel oder Aminosäuren oder Alkaloide, also irgendwelche Abbauprodukte von Pflanzen, wie der hier gezeigte Vertreter der sogenannten China-Alkaloide. Naja, all das sind Dinge, die kommen aus der Natur und die Natur produziert Chirale-Produkte Enantiomerenrein. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum das so ist oder besser gesagt, seit wann die Natur das macht. Denn auch in der Natur muss es ja irgendwann mal den Punkt gegeben haben, wo zum ersten Mal zwei achirale Sachen zusammengekommen sind, was Chirales gemacht haben. Und wieso ist das da nicht als Razemat entstanden? Wieso gab es denn da jetzt plötzlich mehr von dem einen Enantiomer als dem anderen? Das ist übrigens eine der Fragen in der Chemie, auf die wir die Antwort noch nicht so richtig wissen. Es gibt verschiedene spannende Hypothesen und vielleicht schon mal als kleinen Teaser fürs Masterstudium. Wenn Sie an der Uni Essen Ihr Masterstudium machen und das OCM-Praktikum hier machen und das im Wintersemester machen, da mache ich immer gegen Weihnachten so eine kleine Spezialvorlesung mit Bier und Glühwein. Und da reden wir über genau diese Fragen und die Frage, wo kommt denn eigentlich Chiralität her? Was hat das mit der Entstehung des Lebens zu tun? Und was wissen wir darüber und was wissen wir eigentlich alles noch nicht drüber? Aber das soll uns hier nicht interessieren. Hier für uns ist erstmal wichtig, wenn ich etwas Razemisches habe und daraus etwas Enantiomerenreines machen möchte, indem ich das trenne, dann muss ich irgendetwas Chirales und vor allem auch Enantiomerenreines haben, um diese beiden Enantiomere, die ich hier in meinem Produkt habe, zu trennen. Das heißt, hier in dem Beispiel von dem Binol, da wird das mit einer sogenannten Kokristallisation gemacht. Eine Kokristallisation, da nimmt man das Razemat und irgendeinen Naturstoff, der gemeinsam mit einem der beiden Enantiomere eine Wechselwirkung eingeht. Hier ist es, wie gesagt, ein solches Derivat eines China-Alkaloids, das hier über so eine Wasserstoffbrückenbindung mit dem R-Binol eine Wechselwirkung eingeht, die besonders gut kristallisiert. Das heißt, ich kann hier aus meinem Gemisch das R-Binol-Addukt an unser China-Alkaloid-Derivat auskristallisieren und auf diese Weise das R-Binol erhalten. Und gleichzeitig erhalte ich netterweise auch das S-Binol, denn das S-Binol bleibt ja in der Lösung zurück. Das heißt, auf diese Weise kann ich R- und S-Binol voneinander trennen. Das ist natürlich auf der einen Seite vorteilhaft, weil dann habe ich sowohl R- als auch S-Binol. Das ist aber natürlich bei einer mehrstufigen Synthese nicht so richtig attraktiv, denn das heißt, dass ich immer 50% meiner Ausbeute wegschmeiße. Das heißt, eine Möglichkeit, ein innen-zu-meeren-reines Produkt zu machen, ist immer erstmal eine racemische Synthese zu machen, um dann eine R-Azimat-Spaltung zu machen. Wie gesagt, entweder über chirale Chromatographie, so eine Kokristallisation, wenn es klappt, oder vielleicht, dass ich erstmal irgendeinen chiralen Hilfsstoff dranbaue, damit Diastereomere erzeuge, die ich dann auftrennen kann und dann den Hilfsstoff wieder abbaue, oder eine sogenannte kinetische R-Azimat-Spaltung durchführe. Was das ist, gucken wir uns gleich noch ein bisschen genauer an. Aber wie gesagt, das Problem ist immer, ich schmeiße quasi die Hälfte meines Produktes weg, wenn ich das nicht haben will. Das heißt, der elegantere Weg ist die sogenannte asymmetrische Synthese, wo man selektiv nur eines der beiden Produkte macht. Oder sagen wir mal zumindest, wo man eines der beiden Inanziomere im Überschuss erzeugt. Und ein Beispiel dafür haben wir ja letzte Woche schon kennengelernt, nämlich die sogenannte Evans-Aldol-Reaktion, bei der wir ein 1,3-System machen und dabei nehmen wir quasi unseren Enolat-Vorläufer, bauen da erstmal ein chirales Auxiliar dran, haben dann hier ein Molekül, aus dem wir wunderbar ein Enolat machen können. Damit haben wir quasi ein chirales D2-Synthon, können das dann mit einem A1-Synthon umsetzen und haben hier zwei neue Stereozentren, die wir generieren können. Und nach Abspaltung des chiralen Auxiliars erhalten wir dann quasi das Inanziomeren reine oder sagen wir mal zumindest Inanziomeren angereicherte Produkt. Das heißt, wir erhalten nicht nur die beiden Stereozentren in der richtigen relativen Konfiguration, sondern wir erhalten sie auch in der richtigen absoluten Konfiguration. Das heißt, wenn wir erstmal ganz grundsätzlich überlegen, was für strategische Möglichkeiten gibt es für die asymmetrische Synthese. Erstmal muss ich unterscheiden, was für Edukte habe ich. Denn die meisten Edukte sind achiral oder liegen irgendwie razzemisch vor. Chirale Sachen kommen wie gesagt aus der Natur und da spricht man vom sogenannten chiral pool. Das sind wie gesagt Naturstoffe Naturstoffe und klassischerweise verwendet man da sowas wie Aminosäuren oder Kohlenhydrate, aber auch Terpene oder Alkaloide. Das sind große Naturstoffklassen, die man als Edukte für die asymmetrische Synthese benutzen kann. Und da gibt es jetzt natürlich irgendwie verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze angehen kann. Das eine wäre die direkte Methode. Ich beginne einfach mit einem chiralen Naturstoff und synthetisiere aus diesem chiralen Naturstoff, indem ich den umbaue, mein chirales Produkt. Dann kann ich lauter diastereoselektive Reaktionen durchführen, dadurch vielleicht sogar andere Stereozentren aufbauen und habe dann mein nicht-razzemisches Produkt, da ich ja mit einem nicht-razzemischen Edukt angefangen habe. Das setzt natürlich voraus, dass ich einen Naturstoff habe, der sich irgendwie sinnvoll umbauen lässt. Und vor allem setzt das voraus, dass ich den Naturstoff in der richtigen Konfiguration habe, die ich zu meinem Produkt umbauen kann. Denn die Natur tut uns ja meistens nicht den Gefallen, dass sie von einem Naturstoff einmal das eine und einmal das andere Enantiomer anbietet. Da gibt es ein paar wenige Ausnahmen, aber in den meisten Fällen bietet die Natur immer nur ein Enantiomer eines entsprechenden Naturstoffs an. Das heißt, solche sogenannten Ex-Cyral-Pool-Synthesen, also Synthesen, die sich aus dem Chiral-Pool bedienen, um ein Produkt zu machen, die sind, sagen wir mal, begrenzt in ihrer Anwendbarkeit. Aber wir haben ja auch noch andere Möglichkeiten. Wir haben ja schon gesehen, wir können einen Chiralen-Hilfsstoff an ein Archirales-Edukt ranbauen, dann diastereoselektive Reaktionen machen und diesen Chiralen-Hilfsstoff wieder abbauen. Das ist die Strategie mit dem Chiralen-Auxiliar. Theoretisch kann man sich aber natürlich auch vorstellen, dass man Chirales-Reagenz einsetzt oder einen Chiralen-Katalysator benutzt, um ein Enantiomer-Reines Produkt zu machen. Jetzt spreche ich hier die ganze Zeit von Enantiomer-Reinen-Produkten, wobei man natürlich sagen muss, so einfach ist es häufig in der Realität nicht. Denn wenn ich ein Chirales-Reagenz oder einen Chiralen-Katalysator verwende, dann ist es meistens auch so, dass ein bisschen was von dem unerwünschten Produkt entsteht. Und da gibt es in der organischen Synthese eine Größe, die sich da als sehr hilfreich eingebürgert hat. Und das ist der sogenannte Enantiomeren-Überschuss oder kurz EE. Kommt aus dem Englischen für Enantiomeric Access. Und hier sehen Sie die Formeln. Diese bestimmt schon alle aus der OC1 kennen. Der EE ist quasi die Konzentration des einen Enantiomers minus die Konzentration des anderen Enantiomers geteilt durch die Summe der beiden Enantiomere. Ich habe jetzt hier R und S hingeschrieben. Das macht natürlich nur Sinn, wenn sie nur ein Stereozentrum hat. Sie könnten auch Plus und Minus hinschreiben. Sie wissen, worum es geht. Es geht um die jeweiligen Enantiomere, die Sie da miteinander verrechnen müssen. Wichtig dabei ist, das ist so eine beliebte Abseitsfalle, wenn man sich überlegt, Sie haben ein 9 zu 1 Gemisch. Da denken jetzt viele Leute, ja, 9 zu 1, das sind ja 90 Prozent. Da habe ich eine Ehe von 90 Prozent. Das ist aber nicht so. Wenn Sie sich mal überlegen, was Sie rauskriegen, wenn Sie hier 9 zu 1 einsetzen, dann kriegen Sie 9 minus 1 ist 8, geteilt durch 9 plus 1 sind 10. 8 durch 10, das wären dann zum Beispiel 80 Prozent EE. Warum diese krummen Zahlen? Warum macht man das? Naja, überlegen Sie sich mal, was das heißt. Sagen wir mal, Sie haben ein 9 zu 1 Gemisch. Das heißt, Sie haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Moleküle von dem einen Enantiomer und auf der anderen Seite ein Molekül von dem anderen Enantiomer. Was ist jetzt der Unterschied zu einer racemischen Synthese? Bei einer racemischen Synthese hätten Sie ein 50-50 Gemisch. Da hätten Sie 1, 2, 3, 4, 5 Moleküle von dem einen Enantiomer und 1, 2, 3, 4, 5 Moleküle von dem anderen Enantiomer. Das ist der Normalfall, racemisches Gemisch. 5 zu 5, das heißt 5 minus 5 geteilt durch 10, naja, 0 durch irgendwas geteilt ist immer 0. Das heißt, hier habe ich einen EE, einen Enantiomer-Überschuss von 0. Hier im oberen Fall ist quasi das hier der Normalfall, also unser Razzemat. Und das, was wir von dem Razzemat abweichen, das hier drüben, das ist der Überschuss, den wir haben, das ist der EE. Und deshalb diese Formel eines Enantiomer minus das andere Enantiomer geteilt durch die Summe der Enantiomer. Das sagt uns quasi, wie viel haben wir mehr von dem einen Enantiomer gemacht als vom Razzemat. Und entweder Sie haben eine EE von 0. Bei einem EE von 0 haben Sie ein racemisches Gemisch vorliegen. Oder Sie haben eine EE von 100%. Bei einem EE von 100% haben Sie nur das eine Enantiomer vorliegen, das heißt, Sie haben es mit einer Enantiomer-Reinen-Verbindung zu tun. Bei allem, was dazwischen liegt, also bei allem zwischen 0 und 100%, also 10%, 50%, 80%, 99%, spricht man von einem sogenannten skalämischen Gemisch. Man kann auch sagen, von einem Enantiomeren-angereicherten Gemisch. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, hey, wenn ich doch nur das eine haben möchte und eine Reaktion habe, die mir meinetwegen 90% EE gibt, da kriege ich ja mein Produkt nie sauer, weil so Enantiomere voneinander zu trennen, das ist ja, wie wir eben gesehen haben, ziemlich schwierig. Muss ich dann nicht wieder irgendwelche chirale Chromatographie machen oder sowas? Naja, das Schöne ist, dass man den EE einer Verbindung relativ gut dadurch erhöhen kann, indem man eine Umkristallisation durchführt. Denn wenn Sie eine Umkristallisation durchführen, dann müssen sich ja die Moleküle irgendwie aneinander lagern. Und meistens ist es so, dass quasi die einen Enantiomere miteinander interagieren und die anderen Enantiomere miteinander interagieren. Das heißt, das, wovon Sie mehr in der Lösung haben, fängt zuerst an, Ihnen auszukristallisieren. Und das bildet dann halt Enantiomeren-reine-Kristalle. Wenn Sie so lauter Hände sich vorstellen, dann stapeln Sie die immer übereinander, dass die rechte Hand auf der rechten Hand liegt, weil dann guckt immer der Daumen zur linken Seite, wenn die Handfläche nach unten guckt. Und so können Sie ganz viele rechte Hände übereinander stapeln. Wenn Sie dann mal eine linke Hand zwischenlegen, dann guckt plötzlich der Daumen auf der falschen Seite raus. Aber da ist dann ja schon Ihre nächste Elementarzelle mit lauter rechten Händen. Das heißt, meistens ist es so, dass ein Enantiomer immer zu einem anderen Molekül des gleichen Enantiomeres passt und man so Enantiomeren-reine-Kristalle kriegt und dadurch dann sich der EE durch Umkristallisation sehr, sehr schön erhöhen lässt. Das heißt, auch wenn Sie so einen asymmetrischen Schritt haben, wo Ihr EE nicht perfekt ist, solange Sie in der Synthese irgendwann mal ein Intermediat haben, das Sie umkristallisieren können, können Sie Ihren EE erhöhen. Schauen wir uns mal ein paar Beispiele dafür an, wie man denn jetzt neue Stereozentren in einem Molekül etablieren kann. Und da beginnen wir einfach mal mit einzelnen Stereozentren. Wir gucken uns erstmal an, wie kann ich denn ein einzelnes Stereozentrum machen. Und da gibt es im Prinzip ja zwei Varianten. Entweder wir befinden uns im Oxidationsgrad 0 oder wir befinden uns im Oxidationsgrad 1. Oxidationsgrad 0 heißt, wir haben nur Kohlenstoff- und Wasserstoffsubstituenten. Das heißt, wir brauchen Kohlenstoff mit einem Wasserstoff und eins, zwei, drei verschiedenen Kohlenstoffresten. Und das kann ich zum Beispiel dadurch machen, dass ich ein Alken nehme und das mit elementarem Wasserstoff, einem Metall und einem chiralen, liganten Hydriere. Sie wissen ja, Alkene kann man mit elementarem Wasserstoff und zum Beispiel Palladium auf Kohle zum Alkan hydrieren. Da addieren Sie im Prinzip formal H2 an diese Doppelbindung. Dabei wird der Wasserstoff zuerst ans Metall gebunden und dann vom Metall auf die CC-Doppelbindung übertragen. Wenn Sie jetzt einen chiralen Liganten dazugeben, dann können Sie das Metall in einen chiralen Katalysator umwandeln, der einen Unterschied zwischen den beiden inneren Ziotopen-Halbräumen des Alkens macht. Das heißt, Sie müssen erst mal ein solches Alken mit drei unterschiedlichen Substituenten machen. Das könnte man zum Beispiel mit einer Wittighorner-Emmens-Reaktion machen. Wichtig dabei ist natürlich, dass Sie das Ganze diastereoselektiv machen. Darüber haben wir vor vorletzter Woche gesprochen. Dann können Sie sagen, okay, jetzt addiere ich H2 von der vorderen Seite an das Molekül und habe jetzt ein neues Stereozentrum erschaffen, wo ich hier ein H-Atom dran habe und drei unterschiedliche Kohlenstoff-Substituenten. Was für Liganten gibt es da? Naja, zum Beispiel solche sogenannten BINAP-Liganten. Das ist im Prinzip eine Variante vom Trifenylphosphin, wo einer der Phosphinreste am Phosphor ersetzt ist, quasi durch hier ein solches BINAP-Thylgerüst. Und genau wie das BINOL sind diese BINAP-Liganten axialchiral. Und das Schöne ist, die kann man aus dem BINOL machen. Und wir haben ja eben gesehen, vom BINOL können wir durch Razzematspaltung beide Innanziomere erhalten. Das heißt, wenn Sie ein Molekül haben, das Sie durch Hydrierung hier in so ein Stereozentrum im Oxidationsgrad 0 überführen können, dann können Sie sich durch Wahl des R- oder des S-BINAPs aussuchen, welche Konfiguration Sie an diesem Stereozentrum haben. Und wenn Sie statt einer CC-Doppelbindung eine CO-Doppelbindung hydrieren, dann haben Sie halt kein Stereozentrum im Oxidationsgrad 0 wie hier, sondern dann haben Sie ein Stereozentrum im Oxidationsgrad 1. Das heißt, hier sind wir dann beim Alkohol angekommen. Als EDUK dafür brauchen wir natürlich einen Keton mit zwei unterschiedlichen Resten. Auch das hat wieder zwei Innanziotope-Halbräume. Entweder ich komme von vor oder ich komme von hinter der Bildschirmebene. Das steuert der chirale Ligant an meinem Metall. Wie kann man solche asymmetrischen Ketone machen? Naja, zum Beispiel durch Umsetzung eines Weinreparmids mit einem Grignard. Auf diese Weise können Sie solche Vorlehrer wunderbar zusammensetzen. Und wenn Sie das dann mit Wasserstoff einem Metall und einem chiralen Liganten umsetzen, dann haben Sie hier ein wunderschönes Stereozentrum im Oxidationsgrad 1. Und wie Sie wissen, funktionelle Gruppenumwandlung. Aus einem Alkohol können Sie im Prinzip alles machen. Machen Sie eine gute Abgangsgruppe draus und dann können Sie schön SN2-Chemie da machen. Damit machen Sie zwar eine Inversion an dem Kohlenstoffatom hier, aber Sie können trotzdem, dadurch, dass Sie das Stereozentrum vorher so ausrichten, wie Sie es haben wollten, die Stereochemie an diesem Stereozentrum kontrollieren. Für diese Methoden gab es 2001 den Nobelpreis und zwei der Nobelpreisträger, nämlich diejenigen, die sich mit den Hydrierungsreaktionen beschäftigt haben, das sind der Herr Nulli und der Herr Knowles. Nulli eher, sage ich mal, die Hydrierung von CO-Doppelbindung, Knowles eher die Hydrierung von CC-Doppelbindung, Nulli eher Rutenium, Knowles eher Rhodium, aber die Abgrenzungen sind da so ein bisschen fließend. Und wenn Sie so eine Reaktion zum Laufen kriegen, dann ist das im Prinzip das Beste, was Ihnen passieren kann. Denn wenn Sie sich mal überlegen, Sie brauchen hier nur ganz, ganz wenig, Sie brauchen nur katalytische Mengen von dem teuren chiralen Zeug und machen aus ganz, ganz wenig teurem chiralen Zeug, ein bisschen teurem Metall und ganz, ganz, ganz viel billigem Wasserstoff, ein chirales Produkt mit hohem EE. Und hier habe ich Ihnen mal ein Beispiel mitgebracht. Das ist die Synthese von Naproxen. Das ist ein freiverkäufliches Analgetikum, das in sehr, sehr großem Maßstab produziert wird. Und gerade für solche prozesschemischen Umsetzungen ist so eine chirale Katalyse im Sinne einer asymmetrischen Hydrierung ideal. Denn das Problem bei diesen asymmetrischen Hydrierungen ist, Sie brauchen ja einen großen Unterschied zwischen diesen Resten. Ich habe Ihnen jetzt auch gerade noch gar keinen Mechanismus gesagt, denn die Übergangszustände aus dieser Kombination Metall, an denen das Wasserstoff koordiniert ist, chiraler Ligant, und dann das Produkt, was da drankommt, die sind alles andere als trivial. Da gibt es Modelle für. Aber am Ende des Tages ist es meistens so, dass man ein sehr großes Screening betreiben muss. Dass man viele, viele Bedingungen ausprobieren muss, um zu einem Ligant-Metall-Lösungsmittel-Temperatur-Verhältnis zu kommen, das einem dann wirklich auch eine gute Ausbeute und einen guten EE gibt. Das heißt, das ist super, wenn Sie irgendwo von Tonnen machen wollen. Das heißt, hier befinden wir uns im Bereich Prozesschemie. Sie haben viel Zeit, um eine Reaktion richtig, richtig, richtig gut und effektiv zu machen und weit zu optimieren. Aber wenn Sie zum Beispiel eher im Bereich medizinische Chemie arbeiten, wo Sie mal eben schnell ein Molekül machen wollen und Ihnen jetzt Ausbeute und Effektivität nicht so super wichtig sind, sondern Sie das nur mal erstmal in die Hand kriegen wollen und nicht erst ein langes Screening machen wollen, welcher Metall-Ligant-Kombination denn dann jetzt die richtige ist, dann würde ich Ihnen eine andere Methode vorschlagen, um zum Beispiel ein Keton zu einem sekundären Alkohol zu reduzieren. Und das ist die sogenannte CBS-Reduktion. CBS steht für die Erfinder, nämlich Corey, Bakshi und Shibata. Und dabei machen Sie aus einem Keton auch durch Reduktion einen chiralen Alkohol. Hier habe ich Ihnen nochmal eine andere Möglichkeit hingebaut, zur Erinnerung daran, wie man solche Ketone machen kann. Wir haben eben gesagt, man kann das sogenannte Weinrepar mitbenutzen. Man kann es sich aber auch einfach machen. Man nimmt erstmal einen Aldehyd, nimmt einen Grignard, addiert den hier dran, kriegt dann erstmal den Alkohol. Der wäre dann natürlich razzemisch. Aber wenn ich das Ganze wieder oxidiere und da zu dem Keton komme, dann kann ich meine CBS-Reduktion machen, in der ich auch wieder einen chiralen Katalysator einsetze und hier ein anderes Reagenz, was mir den Wasserstoff anliefert. Das ist nämlich hier das BH3, das Boran. Und Sie erinnern sich vielleicht noch an die Übungen. Boran, haben wir gesagt, ist ein elektrophiles Reduktionsmittel. Das ist eigentlich besonders gut geeignet, um elektronenreiche CO-Doppelbindungen zu reduzieren. Hier haben wir es aber bei einem Keton mit einer vergleichsweise elektronenarmen CO-Doppelbindung zu tun. Für so elektronenarme CO-Doppelbindungen hier wäre es eigentlich besser, sowas wie Natrium-Bohydrit zu nehmen. Also irgendwas, wo wir es mit einem nukleophilen Reduktionsmittel zu tun haben. Hier elektrophil, weil BH3 hat eine Elektronenlücke, dementsprechend eher sowas wie eine Lewis-Säure. BH4-, ganz klares Nukleophil, das geht an den möglichst elektronenarmen Karbonyl-Kohlenstoff. Aber das ist hier eine ganz wichtige Voraussetzung, dass das BH3 nicht einfach so irgendwie mit dem Keton reagiert, denn wir wollen ja, dass unser Katalysator mit ins Spiel kommt. Und wenn Sie sich diesen Katalysator mal angucken, dann sehen Sie, haben wir hier an unserem Stickstoffatom noch ein freies Elektronenpaar. Und dieses freie Elektronenpaar, das kann jetzt erstmal im Sinne einer Lewis-Base mit dem BH3 einen Lewis-Base-Lewis-Säure-Komplex bilden, einen sogenannten Artkomplex. Und dabei müssen wir uns überlegen, von welcher Seite nähert sich jetzt das BH3 an unseren Katalysator an? Kommt das von vor der Bildschirmebene oder kommt das von hinter der Bildschirmebene? Wenn Sie sich den Katalysator hier oben mal anschauen, dann liegt ja der Ring in der Bildschirmebene und man sieht, hier geht ein dicker Substituent nach hinten mit zwei dicken Phenylresten und hier unten noch so einem Ring dran. Das heißt, das BH3 kommt natürlich lieber von der Seite, wo es mehr Platz hat, also aus dem Halbraum, der vor der Bildschirmebene liegt. Das heißt, man sieht hier unten, das BH3- guckt jetzt nach vorne. Und jetzt, ganz wichtig, habe ich aus dem elektrophilen Reduktionsmittel BH3, BH3, ein nukleophiles Reaktionsmittel, BH3- gemacht. Und das kann ganz hervorragend mit einer elektronenarmen CO-Doppelbindung, wie hier dieser Karbonylgruppe, im Keton reagieren. Jetzt müssen wir uns aber überlegen, wie reagiert denn jetzt hier unser chirales Reagenz mit unserem Keton? Naja, gucken wir uns, was wir noch hier dran haben. Wir haben hier auch noch ein Bohratom mit einer weiteren Elektronenlücke dran sitzen. Das heißt, wir haben hier im Prinzip so einen Doppelschlag. Auf der einen Seite kann die Elektronenlücke im Sinne einer Lewis-Säure hier oben mit den freien Elektronenpaaren des Karbonylsauerstoffs interagieren. Dadurch wird zusätzlich die CO-Doppelbindung aktiviert und der Angriff von meinem H-Lieferanten hier am roten Karbonyl-Kohlenstoff wird gleichzeitig verstärkt. Das heißt, wir haben es hier wieder mit einem zyklischen Übergangszustand zu tun. Und wann immer wir einen zyklischen Übergangszustand mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ringatomen haben, können wir uns schon fast überlegen, wie der aussieht. Naja, wir haben es mal wieder mit einem Sessel zu tun. So eine ganz klassische Geschichte, wann immer Sie Reaktionen haben, Sie so einen richtig, richtig guten DE oder EE haben, dann verlaufen die häufig über zyklische Übergangszustände, denn zyklische Übergangszustände, die sind räumlich richtig schön definiert und daher kann man sich auch gut überlegen, in welche Richtung geht denn jetzt die Reaktion bevorzugt. Das heißt, wenn wir uns den 6 Ring, der sich hier ausbildet, mal als Sessel hinzeichnet, dann müssen wir die gleichen Überlegungen anstellen, die wir letzte Woche bei der Evans-Aldol-Reaktion auch angestellt haben. Erstmal müssen wir uns überlegen, wie legen wir denn jetzt hier die Karbonyl-Gruppe rein. Da haben wir einmal einen großen und einen kleinen Substituenten dran. Hier abgekürzt als RL, L für Large und S für Small. Ich habe Ihnen den Large-Substituenten auch mal ein bisschen dicker gemacht, damit das offensichtlich ist. Und der dicke Substituent, der will natürlich lieber in der äquatorialen Position stehen, als in der axialen Position. Stichwort 1,3-diaxiale Wechselwirkung. Kennen Sie schon aus der OC1. Das ist das Problem. Hier diese Wechselwirkung wollen Sie vermeiden. Und deshalb packen Sie hier lieber den kleineren Substituenten hin und den dickeren Substituenten lieber dahin, wo er ein bisschen mehr Platz hat. Jetzt ist aber die spannende Frage, von welcher Seite wird denn jetzt das H- hier übertragen? Und da haben wir ja eben gesagt, dass sich das BH3 von vor der Ebene an unseren Liganden anlagern musste, weil hier hinten dieser ganze sterische Anspruch ist. Das heißt, wir sehen jetzt, das hier ist der Teil der Vorne-Licht in unserem Sessel. Und dementsprechend wissen wir auch, dass auf die Carbonyl-Gruppe das H- von vorne übertragen wird und wir so sehr gut vorhersagen können, welches Enantium mehr wir denn hier erhalten. Und hier bei diesem Beispiel geht die CWS-Reduktion wirklich super. Wir haben 99% Ausbeute und 97% EE. Das ist wirklich ein Ergebnis. Da kann man nicht meckern. Jetzt muss natürlich auch dieser Katalysator hier irgendwo herkommen. Naja, und ich habe Ihnen schon mal gesagt, im Prinzip kommen alle chiralen Stoffe, die wir so haben, aus der Natur. Und das gilt auch hier für diesen Katalysator. Und eine Sache, nach der Sie mal immer gucken können, wenn Sie ein chirales Reagenz oder einen chiralen Katalysator oder ein chirales Auxiliar haben, gucken Sie sich mal an, wenn Sie da einen Stickstoff drin haben und in einer 1,2-Beziehung hier noch einen Sauerstoff, dann ist es immer ein guter Tipp, dass das irgendwie aus einer Aminosäure kommt. Und das ist auch hier der Fall, denn diesen Katalysator für die CWS-Reduktion, den können Sie aus Prolin machen. Und die Synthese dieses Katalysators, das ist so eine typische Ex-Cyral-Pool-Synthese. Wir fangen mit Prolin an, einem Vertreter des Chiral-Pools, einer Aminosäure. Und den bauen wir so um zu dem Produkt, das wir haben wollen. Dafür haben wir hier zwei funktionelle Gruppen, ein Amin, eine Carbonsäure. Amine haben wir gesagt, die sind sehr basisch, sehr reaktiv. Da müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass sie uns nicht mit unseren Reaktionen interferieren. Das heißt, dafür brauchen wir eine Schutzgruppe. Das, was wir hier benutzen, ist eine typische Amin-Schutzgruppe, ein sogenanntes Carbamat. Sie erinnern sich noch, diese Carbamate hier, die sind dafür besonders gut, denn wenn ich es einfach nur schaffe, hier hinten den Rest von dem Sauerstoff abzuspalten, habe ich eine Carbaminsäure und die spaltet mir CO2 ab und reagiert dann weiter zum Stickstoff. Das heißt, für viele Alkohol-Schutzgruppen gibt es Carbamat-Schutzgruppen-Äquivalente, die super für Amine zu handhaben sind. So auch hier das Carbamat-Äquivalent der Benzyl-Gruppe. Das ist die sogenannte CBZ-Schutzgruppe. Gut, das heißt, wir haben unseren Stickstoff ausgeknipst. Was machen wir als nächstes? Naja, wir wollen hier irgendwie zwei Benzol-Ringe dran bauen. Das heißt, wenn wir zweimal den gleichen Substituenten an einem Kohlenstoff im Oxidationsgrad 1 haben, dann ist eine super Methode, um das zu machen, die Reaktion eines Grignards mit dem entsprechenden Carbonsäure-Ester. Hier haben wir noch die freie Carbonsäure vorliegen. Da müssen wir jetzt erstmal ein Ester draus machen. Das machen wir mit Methanol und Säure. Ganz klassisch Säureverästerung. Danach schmeißen wir den Phenyl-Grignard drauf. Zwei Äquivalente. Auch wenn wir ein Äquivalent nehmen würden, würde erstmal unser Carbonsäure-Ester zum Keton reagieren. Und das Keton reagiert schneller mit dem Grignard. Deshalb kriegen wir immer den Tertian-Alkohol. Da wir aber alles umsetzen wollen, nehmen wir zwei Äquivalente Phenyl-Grignard. Als nächstes müssen wir hier den Grignard sauer aufarbeiten und die CBZ-Schutzgruppe abspalten. Das geht hier ausnahmsweise mal mit NaOH. Normalerweise würde man Benzyl-Gruppen eher abhydrieren. Aber hier funktioniert das auch so. Und dann habe ich meinen 1,2-Aminoalkohol. Wie gesagt, Aminoalkohole. Immer mal über Aminosäuren als Startmaterialien nachdenken. Und dann muss ich jetzt einfach nur mit einer Boronsäure umsetzen. Und dann mache ich hier das entsprechende Kondensationsprodukt. Und das ist schon mein Chirala-Katalysator. Und heutzutage werden Aminosäuren großtechnisch hergestellt. Das heißt, man kann sowohl das S- als auch das R-Prolin kaufen. Das heißt, Sie können mit der CWS-Reduktion nicht nur das eine, sondern im Prinzip beide Inanziomere machen. Das heißt, da können Sie sich das aussuchen, wie Sie das haben möchten. Das setzt natürlich voraus, dass hier die beiden Reste, also der linke und der rechte Rest, irgendwie unterschiedlich sind. Denn hier haben wir ja gesagt, der große Rest, der muss hier äquatorial stehen. Denn der kleine Rest akzeptiert hier diese 1,3-diaxialen Wechselwirkungen. Naja, wenn ich jetzt zwei Reste habe, die irgendwie gleich groß sind, funktioniert das Ganze natürlich nicht. Das heißt, schön wäre es natürlich, wenn ich irgendwie hier im ersten Schritt schon einfach so etwas wie einen Chiralen-Grignard nehmen könnte, der hier mit dem Aldeut reagiert und mir dann direkt den Chiralen-Alkohol geben würde. Naja, einen Chiralen-Grignard gibt es nicht, aber es gibt eine Reaktion, die kann so etwas Ähnliches. Das ist nämlich die sogenannte Rausch-Alylierung. Da mache ich im Prinzip das Produkt, das ich kriegen würde, wenn ich einen Aldeut mit Allyl-Grignard umsetze. Also der Allyl-Rest ist hier dieser C3-Körper, den ich Ihnen grün markiert habe. Wenn Sie den jetzt quasi als Grignard-Verbindung einsetzen würden, machen Sie hier den sekundären Alkohol, würden das aber als Razzemat erhalten. Hier setzen wir aber den entsprechenden Chiralen-Boronsäure-Ester ein und auch da, sehen Sie, steckt wieder ein Naturstoff drin. Denn dieser Boronsäure-Ester, das ist ein Ester der Weinsäure. Wenn Sie sich mal überlegen, hier diese beiden Carbonsäure-Ester, die kommen aus den Carbonsäure-Funktionen der Weinsäure und der Boronsäure-Ester, der wird hier aus den beiden OH-Gruppen, die in der Mitte von der Weinsäure waren, gebildet. Und das Schöne an der Weinsäure ist, da kriegen wir auch wieder beide Inanziomere von. Erinnern Sie sich an den Louis Pasteur, der mit der Pinzette die beiden Inanziomere getrennt hat. Das heißt, auch hier wieder ein schönes billiges Edukt, das wir in beiden Inanziomeren-Formen vorliegen haben. Also super Sache. Und wie man sieht, wenn man dieses Inanziomere hier einsetzt, dann erhält man nur das Produkt, wo hier der Alkohol nach hinten guckt. Das funktioniert allerdings leider nur, wenn ich hier solche Allylboronsäure-Ester einsetze. Aber dieses Alkene ist natürlich auch ein toller Henkel, mit dem ich weitere Sachen machen kann. Zum Beispiel könnte ich damit eine Ozonolyse durchführen, nachdem ich den Alkohol geschützt habe. Dann habe ich hier ein solches 1,3-System, mit dem ich alles Mögliche weitermachen kann. Oder ich schütze den Alkohol hier und mache dann eine Hydroborierung und kann das dann oxidieren. Dann habe ich ein 1,4-System. Das sind nur so ein paar Beispiele als Möglichkeiten, was Sie denn mit so einem Homo-Alyl-Alkohol denn alles machen können. Und das Schöne an dieser Rausch-Alkoholierung ist auch, dass man die vom Mechanismus her wieder relativ gut verstehen kann. Und der Mechanismus, der ist sehr, sehr ähnlich der Evans-Aldol-Reaktion. Auch hier haben wir wieder einen sechsklidrigen Übergangszustand, den wir uns angucken müssen. Und auch hier kann ich mir übrigens überlegen, dass ich nicht nur meinen Allylrest einsetze, sondern hier hinten auch noch irgendeinen Rest R2 dran habe, der entweder in E- oder in Z-Konfiguration vorliegt. Und wenn ich jetzt meinen sechsklidrigen Übergangszustand baue, dann muss ich irgendwie meine Karbonylgruppe zwischen das Lewis-Azide Bohr legen und hier unten zwischen den Kohlenstoff, der dann die neue Bindung zum Karbonylkohlenstoff macht. Denn das Spannende an der Reaktion hier ist, es ist nicht, wie man vielleicht denken könnte, der Kohlenstoff, der hier unten auf den Karbonylkohlenstoff übertragen wird, sondern der sitzt hier hinten. Es ist im Gegenteil der Kohlenstoff hier, der dann am Ende an den Karbonylkohlenstoff bindet. Und das liegt daran, dass wir hier diesen sechsklidrigen Übergangszustand haben. Und das Schöne ist, hier kann halt das E-Alken entweder eingesetzt werden, das heißt, dann guckt der Rest R2 nach oben oder das Z-Alken eingesetzt werden, dann guckt der Rest R2 nach unten. Das heißt, dadurch, welches Alken ich einsetze, kann ich hier neben noch einen zusätzlichen Substituenten einführen, der in der Konfiguration vorliegt, die ich haben möchte. Also zusätzlicher Bonus hier. Aber unabhängig davon müssen wir uns natürlich irgendwie überlegen können, welche Konfiguration kriegen wir denn jetzt an unserem roten Stereozentrum, sprich an unserer Karbonylgruppe hier. Und da müssen wir uns ja immer überlegen, sitzt die Karbonylgruppe hier vor oder hinter der Ebene des Alkenes. Ganz ähnlich wie bei der Evans-Aldol-Reaktion. Da mussten wir uns ja auch in dem Sessel hier überlegen, welche dieser Bindungen liegt denn vorne. Entweder hier die oder hier die. Das würde uns entweder das eine oder das andere inneren Sumereprodukt geben. Und das, was hier steuern muss, auf welcher Seite der Alde wird sich bevorzugt annähern, das ist ganz klar hier hinten unser Chirala-Direktor am Bohr. Und da geht es ganz konkret um den unteren Kohlenstoff hier, denn der untere Kohlenstoff, der ist natürlich schön nah an der Ring-Ebene. Und da sitzt jetzt hier die Isopropyl-Ester-Gruppe quasi vorne. Das heißt, der Aldehyt, der sich an dieses Bohr annähern möchte, der kommt von hinter der Bildschirm-Ebene. Das heißt, andersrum gesagt, dass die Bindung hier unseres Allyl-Substituenten, den wir hier einführen, vor der Bildschirm-Ebene liegt. Und wenn wir dann wieder das gleiche Spiel machen wie bei der Evans-Aldol-Reaktion, wir überlegen uns, wir schauen von hier oben auf das Molekül drauf. Dann sitzt der Alkohol hier auf der linken Seite und der Sauerstoff ist weiter von unserem Auge entfernt als das H-Atom, was hier sitzt. Die Kohlenstoffkette, die wir uns hier angucken, das ist wieder diese Kohlenstoffkette, die wir hier ausbilden. Und die findet sich dann hier im Produkt. Und auch unser zweiter Rest R, der ganz ähnlich wie bei der Evans-Aldol-Reaktion diesmal nicht über die Geometrie des Enolats, sondern über die Geometrie unseres Allyl-Buronsäure-Esters gesteuert wird, die kann ich hier ablesen. Hier steht R2 näher an unserem Auge, das heißt hier guckt R2 nach vorne. Und im unteren Fall, da steht, wenn wir hier oben unser Auge hinmalen, das H-Atom näher an dem Auge und der Rest R2 nach hinten. Das heißt hier muss dementsprechend auch ein Produkt der Rest R2 nach hinten schauen. Wenn wir uns erstmal das Produkt dieser Allylierung anschauen, dann haben wir eben gesagt, das Bohr zieht quasi an dem Sauerstoff hier. Das heißt die CO-Doppelbindung klappt zum Bohr hin und die CC-Doppelbindung, die klappt dann rüber zum Karbonylkohlenstoff. Und die neue Doppelbindung, die hier zwischen dem roten Kohlenstoff, der vorher an dem Bohr saß und dem mittleren Kohlenstoffatom hier ausgebildet wird. Das ist es, was im Prinzip zur Spaltung der Kohlenstoff-Bohr-Bindung führt, aber auf der anderen Seite natürlich eine Sauerstoff-Bohr-Bindung macht. Das heißt wir machen hier einen sogenannten Bohrsäure-Ester. Hier drüben hatten wir einen Boronsäure-Ester. Das heißt da hatte das Bohr noch einen Substituenten, der ein Kohlenstoff- oder ein H-Atom ist und zwei Heteroatom-Substituenten. Hier haben wir quasi einen Oxidationsgrad mehr. Das ist dann der Bohrsäure-Ester. Und den müssen wir im nächsten Schritt noch irgendwie hydrolysieren. Das heißt hier müssen wir die Reaktion noch mit wässriger Natronlauge aufarbeiten. Das spaltet uns den Bohrsäure-Ester und wir kriegen hier oben unseren Alkohol. Das heißt die Rausch-Alylierung, die liefert uns quasi ein Allylierungsprodukt, wo wir einen chiralen Boronsäure-Ester einsetzen und im Prinzip eine neue Bindung zu dem Kohlenstoff der CC-Doppelbindung machen können. Und eine neue CC-Doppelbindung hier zu dem Kohlenstoff machen, der vorher am Bohr saß. Und das Schöne ist, je nachdem welche Geometrie das Alken hatte, können wir die Diastereoselektivität steuern. Und je nachdem welchen chiralen Direktor oder welches chirales Auxiliar, kann man auch sagen, wir hier an das Bohr dran bauen, kann ich auch die absolute Konfiguration meines Moleküls steuern. Also entscheiden, ob ich das eine oder das andere innern zu näher mache. Und die Rausch-Alylierung ist dann nur ein Beispiel für eine ganze Klasse von Reaktionen. Je nachdem, was für ein Diol ich hier dran setze, spricht man auch manchmal zum Beispiel von der Brown-Alylierung. Da habe ich dann hier einfach einen anderen Naturstoff dran sitzen, das sogenannte Pinandiol. Aber von der Grundidee, wir haben im Prinzip auf der einen Seite das Louis-Azide-Bohr, das uns die Carbonyl-Gruppe aktiviert und dadurch auf der anderen Seite hier den Kohlenstoffrest abgibt und damit den grünen Kohlenstoff auf den Carbonyl-Kohlenstoff überträgt. Diese Grundidee, die findet man halt in einigen Reaktionen und häufig ist dann nur der Unterschied, welches chirales Auxiliar man da dran packt. Ob man das jetzt von der Überlegung der Strategie hier als chirales Auxiliar oder als chirales Reagenz bezeichnet, hängt so ein bisschen davon ab, wie aufwendig dieser Kohlenstoffrest ist. Hier würde ich jetzt sagen, das ist im Prinzip ein chirales Allylierungsreagenz. Wenn ich hier irgendwie was Aufwendigeres dran packe, dann ist wahrscheinlich der Boronsäureester eher das chirale Auxiliar, was ich an meinen aufwendigen Rest dran baue. Das ist aber eher eine semantische Sache. Wichtig ist, die Chiralität des Boronsäureesters, die ist es, die sich hier auf meinen Carbonylsauerstoff überträgt. Das heißt, hier habe ich im Prinzip so etwas wie einen chiralen Allylgriniat. Wenn Sie mal so an unsere ersten Sprünge Richtung CC-Bindungssynthese zurückdenken, dann haben wir auf der einen Seite das kennengelernt, was wir eben gemacht haben. Stichwort Griniat reagiert mit CO-Doppelbindung, also im Prinzip Addition an einen A1-Synton. Aber wir haben auch kennengelernt Reaktion von einem Enolat mit einem Elektrophil, also Stichwort Reaktion mit einem D2-Synton. Und ein chirales D2-Synton haben wir ja auch schon kennengelernt. Nämlich bei der Evans-Aldol-Reaktion. Und auch das Evans-Auxiliar, was wir dafür brauchen, das ist wieder ein Molekül, das ein 1,2-Aminoalkohol mehr oder weniger beinhaltet. Hier sehen Sie, das ist auch das Intermediat, was wir machen. Und wie gesagt, wann immer Sie sowas sehen, Aminosäuren sind ja klassischerweise die Vorläufer. Und die Aminosäure, die wir hier für dieses Beispiel eines Evans-Auxiliars benutzen, das ist das sogenannte Esvalin. Da beginnen wir einfach erstmal damit, dass wir einfach die Carbonsäure reduzieren. Das können Sie zum Beispiel mit Boran, die Methylsulfid-Komplex machen. Dann erhalten Sie den entsprechenden Aminoalkohol. Aus dem Aminoalkohol machen Sie dann ein solches zyklisches Uretan. Bei einem zyklischen Uretan spricht man von einem solchen Oxazolidinon. Das ist im Prinzip nichts anderes als eine Substitution dieses Kohlensäureesters auf der einen Seite durch den Sauerstoff, auf der anderen Seite durch das Amin. Jetzt kann man, wie schon gesagt, heutzutage im Prinzip beide Inanziomere von Aminosäuren kaufen. Das heißt, im Prinzip könnte ich beide Inanziomere des Evans-Auxiliars auf diese Art und Weise machen. Es gibt aber auch noch eine schöne andere Variante, nämlich dieses Auxiliar. Das kann man aus dem sogenannten Norephedrin herstellen. Das ist im Prinzip der Teil, den ich hier unten in orange dargestellt habe. Nur ist immer die Vorsilbe für ein Molekül, das eine CH2-Gruppe weniger hat als das eigentliche Molekül. Ephedrin hätte hier noch eine Methylgruppe dranhängen, nur Ephedrin hat die halt nicht. Dementsprechend ist das hier das Oxazolidinon, was Sie aus nur Ephedrin machen. Und das wirkt im Prinzip wie das genaue gegenteilige Inanziomere hiervon, weil das entscheidende Stereozentrum, das ist das hier an dem Stickstoffatom. Denn hier baue ich ja gleich meine Carbonylgruppe dran. Und da guckt hier halt die Isopropylgruppe nach hinten und hier guckt die Methylgruppe entsprechend nach vorne. Und wir haben ja letzte Woche schon das Evans-Auxiliar als D2-Synton in Aktion gesehen. Da haben wir es für eine Aldolreaktion benutzt. Das ist ganz eindeutig die kompliziertere Variante. Hier habe ich Ihnen nochmal das Video dazu verlinkt, wenn Sie sich da nochmal schlau machen wollen. Aber hier kann man das natürlich auch für eine einfachere Synthese einsetzen. Man kann zum Beispiel hier erstmal das Evans-Auxiliar an ein Säurechlorid dranbinden. Das heißt, hier mache ich aus einem achiralen Carbonsäure-Derivat ein chirales Carbonsäure-Derivat. Wenn ich das dann mit LDA in das entsprechende Enolat überführe, dann habe ich plötzlich ein chirales D2-Reagenz, das ich dann alkülieren kann. Zum Beispiel hier mit Benzyliudit. Dann kann ich hier auf diese Weise hier ein neues Kohlenstoffatom einführen. Das hat die Wahl. Hier der ganze Rest ist flach. Das Lithium ist zweifach koordiniert. Das heißt, dieser Ring liegt in der gleichen Ebene wie unser Enolat. Dementsprechend, ich weiß, Hamide geben bevorzugt OZ-Enolate. Das heißt, wenn jetzt das Elektrophil von vor der Bildschirmebene kommt, guckt auch hier unser neu eingeführter Kohlenstoffrest vor die Bildschirmebene. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das Evans-Auxiliar wieder abspalten möchte, dann kann ich das mit einem Alkoholat machen und auf diese Weise mein innanziomeren reines Produkt erhalten. Das ist so eine typische Synthese mit einem chiralen Auxiliar. Wir haben was Achiralis, aus dem wir was Chiralis machen wollen, bauen temporär einen chiralen Hilfsstoff dran und spalten den danach wieder ab. Und das Schöne ist, das Evans-Auxiliar, was wir hier haben, das können wir dann auch einfach abtrennen und wiederverwenden. Denn Sie haben ja gesehen, das haben wir vorher relativ aufwendig synthetisiert. Warum das Ganze wegschmeißen, wenn man es danach nicht auch aufheben und für eine weitere Reaktion nochmal benutzen kann. Das heißt, solche chiralen Enolate, die sollten Sie auf jeden Fall als das klassische Beispiel für ein chirales D2-Synthorn in Ihren Werkzeugkasten übernehmen. Und Sie erinnern sich hoffentlich noch daran, dass wir in unserer Vorlesung darüber gesprochen haben, dass es meistens sinnvoll ist, nicht nur eine CC-Bindung unter der Berücksichtigung einer funktionellen Gruppe zu machen, sondern dass es meistens sinnvoll ist, direkt mehrere funktionellen Gruppen zu berücksichtigen und die irgendwie in die Synthese mit einzubeziehen. Das hat einmal den Vorteil, dass wir auf diese Weise nicht die funktionellen Gruppen als unsere Feinde, sondern als unsere Freunde betrachten können. Das heißt, wir müssen die nicht irgendwie mit einer Schutzgruppe ausknipsen, sondern wir können die direkt benutzen, damit das passiert, was wir wollen. Dementsprechend haben wir gesehen, dass man häufig einfach mal gucken kann, bei einer retrosynthetischen Analyse, in welchem Verhältnis stehen denn meine funktionellen Gruppen? Stehen denn im 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 Verhältnis? Und dann gucken kann, aus welchen Symptomen setzt man die denn zusammen? Und da haben wir gesehen, dass es im Prinzip zwei unterschiedliche Strategien gibt. Entweder ich setze die passenden Symptomen zusammen, also zum Beispiel A1 und D2, dann kriege ich ein 1-3-System, weil 1 und 2 ist 3. Wenn ich ein 1-2-System machen möchte, dann muss ich A1 und D2 zusammensetzen. Oder D2 und A0. Also auf diese Weise kann ich meinen Baukasten so kombinieren, dass ich funktionelle Gruppen in verschiedenen Abständen herstellen kann. Aber wir haben gesehen, es gibt auch eine zweite Strategie, nämlich, dass ich quasi vorher einen Ring mache und den dann aufschneide. Der einfachste Fall, ich nehme einen Zweiring, also eine CC-Doppelbindung, und addiere was da dran. Und auch das gibt es quasi in einer asymmetrischen Variante, nämlich die sogenannte Scharples-Bishydroxylierung oder auch die Scharples-Epoxidierung. Bei einer Bishydroxylierung, da hatten wir ja schon drüber gesprochen, addiere ich im Prinzip formal H2O2, also zwei OH-Gruppen, an eine Doppelbindung. Und das ist immer eine Syn-Addition. Das heißt, die beiden OH-Gruppen werden immer von der gleichen Seite angeliefert. Aber wenn ich ein so unsymmetrisches Alken habe, macht es halt einen Unterschied, ob ich von vor der Bildschirmebene komme oder von hinter der Bildschirmebene. Je nachdem kriege ich entweder das eine oder das andere in den Zunäher. Das kann ich natürlich mit einer normalen Bishydroxylierung nicht ohne weiteres steuern. Aber bei der Scharples-Bishydroxylierung, da gibt man wieder einen chiralen Liganten dazu, und der komplexiert mir mein Osmium-Tetroxyl so, dass ich quasi wieder einen chiralen Katalysator habe, der dann den Angriff aus einem der beiden inneren Zootopen-Halbräume bevorzugt und somit einen gewissen EE erzeugt. Und die chiralen Liganten, die hier verwendet werden, sehen auf den ersten Blick relativ kompliziert aus, aber Sie erinnern sich vielleicht noch, vorhin habe ich Ihnen quasi als allererstes Beispiel die Razzemat-Trennung von Binol gezeigt, und da hatten wir hier so eine ganz ähnliche Verbindung, denn auch hier benutzt man diese sogenannten China-Alkaloide. Zu denen gehört zum Beispiel auch Chinin, das gute, althergebrachte Malaria-Medikament, was Sie auch in vielen bitteren Softdrinks finden. Also sowas wie Schweppes Tonic Water. Tonic Water kommt von Tonikum, denn dieses Chinin ist ein Anti-Malaria-Medikament und das wurde halt auch früher zur Malaria-Prophylaxe eingesetzt. Und wenn Sie sich vorstellen, Sie sind so ein kolonialer Engländer, der da irgendwo in einem fremden Land sitzt und müssen jeden Tag Chinin zu sich nehmen, dann haben Sie einmal die Wahl, entweder Tabletten zu schlucken oder Sie trinken das in einem schönen Gin Tonic. Und als kolonialer Engländer nehmen Sie natürlich das Gin Tonic. Das ist quasi die Geschichte dieser Tonic Water. Fun Fact am Rande, in einem Namibia-Urlaub, das war unsere Hochzeitsreise, habe ich mal ausgerechnet, wie viel man an Gin Tonic trinken müsste, um bei den modernen Schweppes Tonic Water eine effektive von einer Malaria-Prophylaxe zu erhalten. Ich bin da auf 11 Liter gekommen. Wenn Sie 11 Liter Gin Tonic am Tag trinken, haben Sie ein ganz anderes Problem. Gut, aber zurück zum Thema asymmetrische Synthese. Diese chiralen Liganten, also aus diesen China-Alkaloiden, die haben den Vorteil, dass es verschiedene China-Alkaloide gibt, die zwar nicht enantiomär zueinander sind, die aber an den entscheidenden Stereozentren genau die entgegengesetzte Konfiguration haben. Denn wenn Sie sich hier mal das DHQ angucken, da sind die beiden Stereozentren so konfiguriert, dass hier der Sauerstoff nach hinten guckt und hier der Kohlenstoff zu diesem Acer-Norm-Bonin-Gerüst nach hinten guckt. Und hier auf der anderen Seite, da guckt der Sauerstoff nach vorne und die Kohlenstoffbrücke hier zu dem Bicyklus, die guckt ebenfalls nach vorne. Das heißt, das sind die entscheidenden Stereozentren. Das heißt, diese beiden China-Alkaloid-Derivate, die verhalten sich wie enantiomäre, sind aber eigentlich diastereomäre. Denn wenn Sie sich mal hier oben das Stereozentrum angucken, ja, das ist nicht spiegelbildlich. Wenn Sie da mal die R- und S-Nomenklatur bemühen, werden Sie feststellen, dass hier in beiden Fällen die gleiche Konfiguration vorliegt. Das heißt, eigentlich sind das zwei Diastereomäre, die verhalten sich aber wie zwei innanzomäre. Das heißt, ich habe hier zwei tolle Liganten, mit denen ich einmal das eine und einmal das andere Diol herstellen kann. Und wie Sie sehen, braucht man da noch einiges anderes zu. Wenn Sie sich mal kurz die Mischung hier angucken, wir haben hier einmal quasi einen Vorläufer für Osmium-Tetroxid, dann haben wir ein Oxidationsmittel, dann haben wir eine Base, dann haben wir Tertbutanol-Wasser und hier so ein Lösungsmittelvermittler. Das heißt, das ist so eine ziemliche Hexenmischung, die Sie da zusammenkippen müssen. Das Schöne ist aber, heutzutage können Sie die alle schon komplett kaufen. Und der eine hier, der wird als Ademix-Alpha und der andere als Ademix-Beta vertrieben. Und ich habe Ihnen auch ein Video gebastelt, wo Sie sehr schön sehen können, wie Sie aus den Namen herleiten, welches Stereoisomer Sie bekommen. Da gibt es nämlich einen ganz netten Merksatz zu. Und der Merksatz funktioniert glücklicherweise nicht nur für die Charples-Bishydroxidierung, wo Sie hier so ein Diol machen. Der funktioniert auch für die Charples-Epoxidierung, wo Sie hier ein Epoxid machen. Da brauchen Sie aber als Edukt einen solchen Allyl-Alkohol. Das Schöne ist, hier benutzen Sie quasi als Quelle für Ihre Chiralität wieder Diethyltatrat, also den Diethylester der Weinsäure. Und von der Weinsäure kann man, wie schon gesagt, beide Inanziomere erhalten. Mehr Infos zum Thema Mechanismus und wie man vorher sagen kann, welches Inanziomere man hier bekommt. Und das, wie gesagt, in den entsprechenden Videos, was mir jetzt erstmal wichtig ist, das sind zwei Möglichkeiten, mit denen Sie Inanzioselektiv Additionen an Alkene durchführen können und so solche 1,2-Systeme erzeugen können. Und gerade solche Epoxide sind natürlich auch wieder spannende Vorläufer, weil da haben Sie es dann mit A2-Symptomen zu tun. Und wenn Sie mal keinen Alkohol als Vorläufer haben wollen, dann können Sie natürlich auch aus so einem Diolen-Epoxid machen und damit ein chirales A2-Synton herstellen. Das heißt, das sind ganz, ganz wertvolle Reaktionen für Ihren Synthese-Baukasten. Es gibt aber eine Sache, über die müssen wir uns noch mal ein bisschen unterhalten, wenn wir über asymmetrische Synthese sprechen. Denn wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, wie bereits vorhandene Stereozentren die Ausbildung neuer Stereozentren steuern. Und wenn wir uns jetzt mal die Bishydroxylierung von diesem Molekül hier anschauen, dann würde man mit dem Ademix Alpha bevorzugt die Bildung des Rechten und mit dem Ademix Beta bevorzugt die Bildung des linken Diastereomers erwarten. Wenn man sich aber mal das Ergebnis der Reaktion anschaut, dann sieht man, mit dem Ademix Alpha erhält man ein Verhältnis von 1 zu 2 zugunsten des rechten Diastereomers und mit dem Ademix Beta erhält man ein Verhältnis von 5 zu 1 zugunsten des linken Diastereomers. Jetzt aber die spannende Frage, Moment, 5 zu 1, das ist ja viel, viel besser als 1 zu 2. Warum geht denn jetzt hier plötzlich die Enantio-Selektivität so sehr in die Knie? Naja, wir haben hier jetzt noch einen zusätzlichen Faktor drin, der eine Rolle spielt, nämlich das hier benachbarte rot markierte Stereozentrum. Sie erinnern sich ja noch, wenn wir eine Addition an eine Doppelbindung durchführen, die in der Allylposition, also am Kohlenstoff direkt neben der Doppelbindung, ein Stereozentrum hat, dann haben wir es hier mit einer Diastereoselektiven Reaktion zu tun, deren Ergebnis man mit dem sogenannten Haugmodell vorhersagen kann. Bei dem Haugmodell zeichnen wir das Molekül so hin, dass der kleinste Substituent in der gleichen Ebene liegt wie die CC-Doppelbindung und auch in die gleiche Richtung guckt. Und jetzt kann man sich überlegen, von wo wird sich denn jetzt unser Osmium-Tetroxid-Ligandkomplex annähern? Wird er von der oberen Seite kommen oder wird er von der unteren Seite kommen? Und da sagt halt das benachbarte Stereozentrum, Mensch, liebes Osmium, komm doch lieber von der oberen Seite, denn da ist schön viel Platz. Hier ist nun Kohlenstoff mit einem H-Atom dran und der dicke Rest, der guckt quasi in die andere Richtung weg. Das heißt, hier hat das Osmium eine relativ gute Einflugsschneise. Das heißt, die Bildung dieses Diastereomers wird quasi durch das benachbarte Stereozentrum bevorzugt. Sieht man ja auch an den Ergebnissen. Hier haben wir 5 zu 1 zugunsten dieses Diastereomers, hier haben wir nur 1 zu 2 zugunsten des anderen. Das liegt daran, dass der Angriff von unten eher ungünstig ist, denn da sind quasi die Delta-negativen Sauerstoffe unseres Osmium-Tetroxid-Komplex natürlich genau neben den freien Elektronenpaaren des Sauerstoffsubstituentens, der hier unten sitzt. Und dementsprechend kommt es hier zu einer Abstoßung. Das heißt, deshalb kommt das Osmium lieber von oberhalb als von unterhalb der Ebene der CC-Doppelbindung. Aber unser ADMIX-Alpha, der möchte halt lieber von der unteren Seite kommen als der ADMIX-Beta, der möchte nämlich lieber von der oberen Seite kommen. In dem Video erkläre ich Ihnen da so eine schöne Daumenregel zu, das ist die sogenannte Lower-Left-Regel. Da kann man sich merken, Largest Substituent muss in der Lower-Left-Corner sein, das heißt hier der rote Kohlenstoff muss links unten sein und dann kommt der ADMIX-Alpha von der Lower-Seite, also von der unteren Seite und der ADMIX-Beta kommt von oben. Also kann man es sich relativ leicht merken. Sie sehen also, im Fall des ADMIX-Alphas zieht quasi der ADMIX das Ganze in die Richtung des rechten Produktes und das Stereozentrum zieht in die Richtung des linken Produktes. Das heißt, wir haben zwei entgegengesetzte Kräfte, die in unterschiedliche Richtungen ziehen. Dabei spricht man von einem sogenannten Mismatched Case. Das heißt, hier passen Reagenz und Edukt nicht so richtig gut zusammen. Das bremst natürlich die Reaktion ab. Das heißt, der Unterschied in der Reaktionsgeschwindigkeit zum gewünschten Diastereomer im Vergleich zum unerwünschten Diastereomer dieser Unterschied ist geringer und dementsprechend sinkt halt mein DE. Im anderen Fall, da haben wir es mit einem Matched Case zu tun. Das heißt, hier ziehen sowohl ADMIX-Beta als auch das hier rot eingezeichnete Stereozentrum am gleichen Strang. Beide wollen sozusagen dasselbe und da spricht man dementsprechend vom Matched Case, was hier zu diesem sehr, sehr guten DE führt. In Ausnahmefällen kann man daraus auch Nektar saugen. Da kann man diese Mismatched Case Fälle benutzen. Denn wenn Sie sich mal vorstellen, Sie würden das hier als Ratzemat einsetzen und jetzt nur einen der beiden ADMIXes einsetzen, dann würde ja der ADMIX mit dem einen Enantiomer schneller reagieren als mit dem anderen Enantiomer. Das heißt, Sie nehmen rathemisches Edukt und ein Enantiomer in reines Reagenz und dann haben Sie halt einmal den Matched Case. Das heißt, das passende Edukt Enantiomer reagiert mit dem Reagenz schneller als das unpassende Edukt Enantiomer und deshalb können Sie halt quasi dann das passende Edukt Enantiomer selektiv manchmal umsetzen und somit einen gewissen EE sowohl beim umgesetzten als auch beim nicht umgesetzten Produkt erzeugen. Das ist dann so ein Beispiel für so eine sogenannte kinetische Ratzematspaltung. Die hat aber auch wieder das gleiche Problem wie alle Ratzematspaltungen. Man kriegt wieder maximal eine Ausbeute von 50%. Es sei denn, Sie schaffen es irgendwie, die beiden Enantiomer in Edukte ineinander zu überführen. Dann hat man so eine dynamisch-kinetische Ratzematspaltung. Dann ist wieder alles total super. Aber da sind wir bei sehr, 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 sehr speziellen Fällen, sage ich mal. Ganz allgemein für Ihre Syntheseplanung ist mir wichtig, dass Sie jetzt mitnehmen. Naja, wenn Sie eine asymmetrische Reaktion durchführen, dann sollten Sie das am besten machen, wenn Sie noch kein anderes Stereozentrum in Ihrem Molekül haben oder sagen wir mal zumindest kein Stereozentrum in der Nähe haben. Denn wenn Sie ein Stereozentrum in der Nähe haben, dann benutzen Sie das doch lieber. Das ist das, worüber wir letzte Woche gesprochen haben. Benutzen Sie die vorhandenen Stereozentren als Ihre Freunde. Nutzen Sie die dafür aus, die neuen Stereozentren, die Sie einrichten wollen, so auszurichten, wie Sie die haben wollen. Das heißt, wenn wir jetzt mal in Ihren Baukasten schauen, dann haben wir den gerade ein bisschen erweitert und zwar auf eine ganz entscheidende Art und Weise. Wir haben sowohl ein Chiralis D2 als auch ein Chiralis A2-Synthon dazugepackt. Nämlich auf der einen Seite so ein Chiralis Epoxid. Kann man wie gesagt entweder aus dem Diol machen oder direkt. Und auf der anderen Seite diese Chiralen Enolate. Und wenn Sie jetzt daraus irgendwelche Produkte machen wollen, dann können Sie die natürlich mit allen anderen Bausteinen, die wir so in unserem Baukasten haben, bisher kombinieren. Also zum Beispiel ein Chiralis D2 und ein A1-Synthon, das ist die Evans-Aldol-Reaktion, kriegen Sie ein 1,3-System mit. Wenn Sie allerdings jetzt die Alkylierung hier an der Position, statt meinetwegen mit einem Halogenit, mit einem Michael-Akzeptor durchführen, dann kriegen Sie ein 1,5-System mit einem Stereozentrum in dieser Position. Wenn Sie auf der anderen Seite das A2-Synthon nehmen, dann können Sie natürlich das zum Beispiel mit einem D0-Synthon öffnen, also sprich einfach das Epoxid mit einem Heteratom-Nukleophil, also zum Beispiel einem Amin öffnen. Dann kriegen Sie ein 1,2-System. Sie können das aber auch meinetwegen mit einem Enolat öffnen, dann kriegen Sie ein 1,4-System. Oder hier mit einem D3-Synthon, dann kriegen Sie ein 1,5-System. Das heißt, Sie haben hier jetzt Ihren Baukasten ganz entscheidend erweitert. Sie können auch jetzt bifunktionale Synthesen durchführen, also Synthesen, wo Sie zwei funktionelle Gruppen auf einmal einrichten, die Chiral sind. Natürlich gibt es noch viele, viele, viele andere Methoden der asymmetrischen Synthese. Es gibt auch Chirale A1 und Chirale D1-Bausteine. Das sind Verbindungen, mit denen wir in meinem Arbeitskreis besonders gerne arbeiten. Aber ich habe hier natürlich nicht den Anspruch, Ihnen alle Methoden der asymmetrischen Synthese vorzustellen, sondern der Werkzeugkasten, den ich Ihnen hier zusammenstellen möchte, das ist so ein bisschen der Basissatz, mit dem Sie schon das meiste einfach mal gut machen können. Sie müssen natürlich, wenn Sie sich weiter mit organischer Synthese beschäftigen, auch neue Sachen kennenlernen. Aber jetzt haben Sie schon mal einen Werkzeugkasten, in dem Sie das einsortieren können. Das heißt, wenn Sie eine neue Methode für eine asymmetrische Synthese kennenlernen, überlegen Sie mal, ist das eher ein A1 oder ein D1-Baustein? Oder ist das zum Beispiel eine Synthese, wo ich ein Ringsystem mit öffnen kann, eine Additionsreaktion? Was ist das denn? Also sprich, wofür kann ich das gebrauchen? Aber sortieren Sie es auch ein nach, was für ein Konzept setze ich hier eigentlich ein? Denn im Prinzip gibt es gar nicht so viele Möglichkeiten, wie ich asymmetrische Synthese durchführe. Entweder ich baue vorübergehend was Chiralis dran, dann benutze ich quasi ein Chiralis-Auxiliar, das ich später wieder abspalte, oder ich benutze ein Chiralis-Reagenz. Das sind meistens irgendwelche Luissäuren, Luissbasen. Man kann das Rausch-Auxiliaris-Reagenz als Chiralis-Reagenz bezeichnen. Ich zeige Ihnen aber gleich zum Abschluss noch ein anderes Beispiel für eine Chirale-Luissäure, weil das sind so die Klassiker eigentlich eher. Oder man benutzt einen Chiralen-Katalysator. Das ist natürlich von der Effektivität her, wenn es mir um Ausbeute geht, die Königsklasse, weil dann brauche ich nur ganz, ganz wenig von meiner Chiralen-Verbindung, um ganz, ganz viel von meinem Chiralen-Produkt zu machen. Was immer eine gute Strategie ist, wenn ich denn ein passendes Edukt finde, ist eine sogenannte X-Chiral-Pool-Synthese. Das heißt, ich fange einfach direkt mit einem Naturstoff an und baue den dann entsprechend um. Zum Beispiel Aminosäuren, super Edukte für 1,2-Systeme, die irgendwo ein Amin drin haben. Und ich habe natürlich immer noch die Möglichkeit, ein Razemat zu synthetisieren und das aufzutrennen. Das ist, wie gesagt, nicht so schön, wenn Sie eine gute Ausbeute erzielen wollen, aber hat auf der anderen Seite den Vorteil, dass Sie direkt beide Inanziomere in der Hand haben. Und wenn Sie zum Beispiel medizinische Chemie machen und neues Arzneimittel entwickeln wollen, dann kann es ja auch sinnvoll sein, beide Inanziomere einer Verbindung zu testen. Das heißt, da kann es sinnvoll sein, erst eine razzemische Synthese durchzuführen und dann eine Razemat-Trennung zu machen. Dann kann man sich später, wenn man daraus dann das Arzneimittel entwickelt hat und das im Tonnenmaßstab herstellen möchte, Gedanken über eine asymmetrische Synthese machen, die nur das eine Inanziomere herstellt. Ich hoffe also, Sie hier mit einem Werkzeugkasten ausgestattet zu haben, der schon ein gutes Grundset an Werkzeugen drin hat, aber vor allem Ihnen halt auch Platz bietet, neue Werkzeuge da entsprechend einzusortieren. Zum Abschluss möchte ich mir noch einmal mit Ihnen eine Synthese anschauen, nämlich die Prostaglandin-F2-Alpha-Synthese, über die wir ja ganz am Anfang der Vorlesung schon mal gesprochen haben, von denen ich ihr gesagt habe, das ist so der Wolkenkratzer der molekularen Architektur und die wir auch in den Übungen uns häufiger mal angeschaut haben. Und da möchte ich Ihnen mal das Ganze von hinten nach vorne betrachten, denn wir haben ja auch viel darüber nachgedacht, wie man so eine Synthese sich ausdenken kann, also sprich über retrosynthetische Analyse. Und jetzt gucken wir uns doch mal an, wie ist denn der Corey an die Retrosynthese von Prostaglandin-F2-Alpha drangegangen? Der hat erstmal gesehen, okay, wir haben hier dieses Molekül und hier haben wir zwei CC-Doppelbindungen drin und CC-Doppelbindungen, da haben wir einen ganzen Sack von Möglichkeiten, um die schön zu machen. Und hier solche Z-CC-Doppelbindungen, die kann man wunderbar aus Wittig-Reaktionen machen, wo ich auf der einen Seite ein Ölid habe, hier in der Form des Ölens gezeichnet, und auf der anderen Seite einen Aldehyd. Jetzt sieht man aber, wenn ich hier diesen Kohlenstoff zum Aldehyd mache, dann würde dieser Aldehyd hier quasi mit der freien OH-Gruppe, die hier drüben ist, in Form eines solchen zyklischen Halbacetals zuschnappen. Außerdem habe ich hier noch irgendwelche anderen OH-Gruppen, die ich irgendwie schützen muss. Aber warum nicht aus der Not eine Tugend machen? Wenn ich hier meinen Aldehyd haben möchte, bildet der sich ja, wenn ich das Ganze mit dem entsprechenden Ölid umsetze, auch im Gleichgewicht, das heißt auch dieses Halbacetal hier sollte mit dem Ölid reagieren. Und das Schöne an diesem Ring hier ist ja, dass ich auf diese Weise diese beiden Stereozentren miteinander verbinde. Also vielleicht kann ich ja eins der beiden Stereozentren benutzen, um das andere Stereozentrum so auszurichten, wie ich es haben möchte. Also warum nicht hier oben diesen Ring akzeptieren? Denn damit habe ich auf der einen Seite den linken Alkohol geschützt und auf der anderen Seite diese beiden Stereozentren so ein bisschen miteinander verbunden. Hier unten die beiden Alkohole, da packe ich dann irgendeine Schutzgruppe drauf. Da hat der Cory sich hier für die THP-Schutzgruppe entschieden. Okay, jetzt kann ich mir überlegen, was kann ich denn als nächstes schneiden. Hier unten habe ich ja noch eine Doppelbindung. Und wenn ich die schneiden möchte, dann kann ich natürlich auch wieder eine wittige Reaktion machen. Jetzt hatten wir hier oben den Vorteil, dass wir ein elektronenreiches Yelit haben. Und das elektronenreiche Yelit gibt uns das Z-Alken. Das wollen wir ja auch. Super Sache. Hier unten wollen wir aber ein E-Alken. Das heißt, hier wäre es eigentlich gut, wenn wir eine elektronenziehende Gruppe hätten. Naja gut, wann immer wir sagen, wir hätten da gerne eine andere funktionelle Gruppe, ist funktionelle Gruppenumwandlung das Thema. Das heißt, wir wissen, wir wollen hier einen Alkohol haben. Den könnten wir aus einem Keton machen. Dementsprechend machen wir doch einfach eine funktionelle Gruppenumwandlung. Hier erzeugen wir aber auch ein neues Stereozentrum. Und hier sind weit und breit keine Stereozentren in der direkten Umgebung. Das heißt, wenn wir hier uns überlegen, dieses Keton zu reduzieren mit einem achiralen Reagenz, wird man wahrscheinlich einen Gemisch von zwei Diasteremeren erhalten. Aber hey, wir haben doch eine schöne Methode kennengelernt, um so einen Keton mit einem chiralen Reagenz zu einem Alkohol zu reduzieren. Nämlich die CBS-Reduktion. Das ist doch eine super Sache. Dann können wir das doch hier machen. Und die anderen funktionellen Gruppen, naja, da wäre es natürlich hier oben sinnvoller, einen Lakton zu haben als so einen Laktol. Denn das ist ja im Prinzip eine Art Aldehyd, die da drin steckt. Das ist natürlich eine sehr reaktive Verbindung. Die wollen wir nicht über mehrere Stufen durchschleppen. Und auch hier unten hat der Corey sich gedacht, naja, es ist vielleicht besser, da ein Acetat zu haben als die THP-Gruppe. Die THP-Gruppe können wir dann ja drauf machen, nachdem wir das hier reduziert haben. Dann haben wir zweimal die gleiche Schutzgruppe. Das ist, wenn wir die zum Schluss abspalten wollen, eine schöne Sache. Wenn wir jetzt den Schnitt durch die CC-Doppelbindung machen, dann können wir hier wunderbar ein elektronenarmes Ölid machen. Oder wir können hier zum Beispiel einen solchen Phosphonsäureester machen. Da machen wir nämlich einfach die Wittighorner-Emmens-Variante. Und die gibt uns ganz selektiv hier das E-Alkene. Also super Sache. Damit kommen wir zu diesem Aldehyd als Vorläufer. Und jetzt können wir uns mal überlegen, wie können wir denn jetzt diese ganzen Stereozentren machen, die hier drin sind. Wir haben ja eben gesagt, wir haben hier oben diesen Ring akzeptiert, weil dann könnte man ja vielleicht mit dem einen das andere Stereozentrum machen. Denn wenn die Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindung nach hinten guckt, dann würde ja auch der Sauerstoff, der hier dran hängt, lieber nach hinten als nach vorne gucken. Weil dann habe ich weniger Spannung in dem System. Das heißt, wenn ich hier diesen Sauerstoff an irgendwas Archirales hier drüben addieren würde, würde der bevorzugt von hinten kommen. Das heißt, hier sowas wie ein Alken zu haben, wäre eigentlich eine schöne Sache. Jetzt kann ich aber natürlich ein Karboxylat nicht einfach an Alken addieren, ohne das Alken vorher zu aktivieren. Das heißt, hier müsste ich eine sogenannte Jod-Laktonisierung durchführen. Das heißt, ich muss hier vorübergehend irgendwie ein Jod drin haben. Aber hey, dass wir ein Jod abspalten können, um so zu dem normalen Alkan zu kommen, das wissen wir, das ist so eine Barton-McCombie-artige Reaktion, die wir da zum Beispiel durchführen können. Und auch hier drüben den Aldehyd, den wollen wir natürlich nicht durch die ganze Synthese umdurchschleifen. Das heißt, das hier ist so ein Vorläufer mit quasi einem geschützten Alkohol hier auf der Seite, den wir irgendwie in den Aldehyd überführen können. Und hier drüben dem Jod, das wir irgendwie abmachen können. Das heißt, wir machen mal wieder so ein bisschen funktionelle Gruppenumwandlung. Wann immer wir gerne andere funktionelle Gruppen hätten, hey, wir können doch alle funktionellen Gruppen ineinander umwandeln. Was soll's. Okay, dann können wir jetzt hier diese Jod-Laktonisierung machen, womit wir quasi hier den Sauerstoff von hinten an die CC-Doppelbindung addieren, beziehungsweise an das Jodonium-Ion addieren, was wir aus der CC-Doppelbindung machen, was uns dann hier das Jod ergibt, was nach vorne guckt. Super Sache. So, wenn wir jetzt hier ein Alken drin haben, dann müssen wir uns mal angucken, in welchem Abstand stehen denn die funktionellen Gruppen hier drin zueinander. Hier haben wir zum Beispiel ein Abstand 1, 2, 3. Boah, ein 1, 3-System. Da können wir viele Methoden, die wir benutzen könnten, um das zu machen. Klassisch D2 und A1, also irgendwie Aldolchemie. Das wäre so was, mit dem man das machen könnte. Aber gucken wir uns auch nochmal die andere Beziehung an. Hier haben wir einen 1, 2, 3, 4, 5 Abstand. Da könnte man natürlich über D2 und A3 nachdenken. Aber wenn man die ganzen Schnüsse durchführt, stellt man fest, da kommt man eigentlich wieder zu sehr, 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 sehr komplexen Vorläufern. Der Corey, der hat jetzt was total Schlaues gemacht. Der hat nämlich gesagt, okay, die beiden sind nicht nur in einem 1, 2, 3, 4, 5 Abstand, also nicht nur in einer 1, 5 Beziehung, die sind auch in einer 1, 2, 3, 4, 5, 6 Beziehung. Wenn ich hier die lange Brücke zähle, habe ich eine 1, 6 Beziehung. Und 1, 6 Systeme, die haben wir gesehen, kann man wunderbar aus Zyklohexen-Derivaten machen. Und die kann man zum Beispiel mit einer Bayer-Williger-Oxidation so aufschneiden, dass ich auf der einen Seite einen Alkohol und auf der anderen Seite eine Carbonsäure kriege. Das ist so genau das, was wir hier haben wollen. Und dieses Zyklohexen-Derivat, das hat noch einen Vorteil. Das sorgt dafür, dass hier beide Substituenten in die gleiche Richtung gucken. Und auch hier die OH-Gruppe und hier oben unsere Methylen-Carbonsäure, dass die beide auch in die gleiche Richtung gucken. Das heißt, hier haben wir die beiden Stereozentren zueinander, so ausgerichtet, wie wir sie haben wollen, wenn wir die vorher in einem Ring fixieren. Und, ja, das haben wir gesagt, gehört quasi so ein bisschen dazu bei den Zyklohexen-Derivaten. Zyklohexen-Derivate kann ich halt auch super mit Diels-Alder-Reaktionen machen. Und auch denn mein Zyklohexen-Derivat hat hier ja noch 1, 2, 3 Stereozentren. Aber wenn ich hier eine Diels-Alder-Reaktion mache, um dieses Zyklohexen-Derivat herzustellen, dann nähert sich mein Dienophil halt bevorzugt von der Seite an, wo hier die Methylen-Metoxy-Gruppe nicht ist. Das heißt, die guckt genau in die andere Richtung wie die beiden Substituenten, die ich hier habe. Und das ist genau das Verhältnis der Stereozentren, die ich hier haben möchte. Das heißt, hier benutze ich diese Diels-Alder-Reaktion als ein Mittel, um die relative Konfiguration dieser drei Stereozentren zueinander zu kontrollieren. Das Wichtige ist, das Resultat dieser retrosynthetischen Analyse ist jetzt erstmal eine racemische Synthese. Wir haben hier am Ende zwei achirale Edukte, die mir ein chirales Produkt geben. Danach benutzen wir alle Stereozentren, die hier drin sind, um die neuen Stereozentren so auszurichten, wie wir sie haben wollen. Aber dieser erste Schritt hier, den müssten wir irgendwie asymmetrisch gestalten, wenn wir die ganze Prostaglandin-F2-Alpha-Synthese asymmetrisch haben wollen. Und da gibt es verschiedene Varianten, wie man das machen kann. Und ich möchte Ihnen hier eine vorstellen, die auch nochmal so ein ganz klassisches chirales Reagenz benutzt. Und das ist eine asymmetrische Diels-Alder-Reaktion, die hier über so eine chirale Luessäure katalysiert wird. Die chirale Luessäure, die koordiniert hier an mein Dienophil, macht es dadurch noch elektronenärmer, beschleunigt dadurch die Reaktion mit dem elektronenreichen Dien. Stichwort Absenkung des Lumos, damit es näher am Homo des Dienens ist. Und auf diese Weise kann dann der Komplex zwischen dem Dienophil und der chiralen Luessäure schneller reagieren als das Dienophil alleine. Das heißt, auf diese Weise habe ich wieder etwas, was mir chirale Information in die ganze Synthese reinfüttert. Ich brauche dafür ein Äquivalent, deshalb spricht man hier nicht von einem chiralen Katalysator, sondern einem chiralen Reagenz. Wie gesagt, ganz klassischerweise Luessäuren, Luessbasen. Danach habe ich dann mein Enantiomeren, reines Diels-Alder-Produkt, das ich dann noch hier umbauen muss, um zu dem entsprechenden Keton zu kommen. Aber wenn ich das Keton habe, dann kann ich die gleiche Synthese durchführen, die ich auch bei der racemischen Synthese habe. Das heißt, als grundsätzliche Strategie für die asymmetrische Synthese empfiehlt sich, asymmetrische Synthese-Schritte nur dann einzusetzen, wenn ich nicht irgendwelche diastereoselektiven Synthese-Schritte durchführen kann, also sprich, wo ich vorhandene Stereozentren dafür nutzen kann, um neue Stereozentren so auszurichten, wie ich will. Oder wenn ich wie hier hinten fernab aller anderen Stereozentren bin und nur durch Einsatz eines chiralen Reagenzes hier die Konfiguration erzeugen kann, wie ich will. Auf diese Weise vermeide ich halt auch, dass mein Substrat und meine Reagenz in unterschiedliche Richtungen ziehen, ich halt solche Matched- und Mismatched-Cases bekomme. Ich hoffe also, dass ich Ihnen in dieser Vorlesung zeigen konnte, wie man so ein bisschen die Logik hinter so einer retrosynthetischen Analyse verstehen kann. Und vielleicht geht es Ihnen ja auch wie mir, dass man dadurch versteht, was für Schritte hier im Einzelnen gemacht wurden, auch irgendwann so etwas wie eine Schönheit in einer Synthese erkennen kann. Wie gesagt, ich vergleiche das ja immer sehr gerne mit molekularem Bauwesen-Synthese. Und genauso wie die Synthese einer Kathedrale eine schöne Sache sein kann, kann halt auch eine solche organische Synthese eine schöne Sache sein. Aber ich habe Ihnen ja versprochen, es lohnt sich nicht nur, sich mit organischer Synthese auseinanderzusetzen, wenn man das später machen möchte. Denn wir haben hier im Prinzip ganz, ganz viele Strategien für Problemlösungen angewandt, die Sie auch für alles andere in Ihrem Leben benutzen können. Lassen Sie uns also mal kurz zusammenfassen, was haben wir eigentlich alles für Möglichkeiten kennengelernt, um ein komplexes Problem wie eine retrosynthetische Analyse, wie die Entwicklung einer Synthese für ein komplexes Molekül, wie man solche Probleme adressieren kann. Das Wichtige dabei ist erstmal, dass wenn ich ein großes Problem habe, ich davon nicht verzweifle, sondern das einfach in mehrere kleine Probleme zerlege, die ich entsprechend angehen kann. Das heißt, ich muss Zwischenziele identifizieren und diese Zwischenziele miteinander verbinden. Und meistens gibt das mehrere Lösungswege, die dann zu meinem Ziel führen kann. Und die sind meistens nicht alle gleich gut. Das heißt, ich muss die irgendwie miteinander vergleichen und mich dann für einen entscheiden. Das ist meist leichter gesagt als getan, denn natürlich ist es nicht immer leicht, sich die ganzen Zwischenziele herzuleiten. Aber eine ganz wichtige Sache dabei ist, dass man das Ganze von hinten nach vorne durchdenkt. Also rückwärts denken. Sprich, ich frage mich nicht, wo stehe ich eigentlich und wie komme ich da weg? Also sprich, mit welchem Edukt fange ich an, um da hinten dieses Produkt zu machen? Sondern ich überlege mir, wo müsste ich stehen, um gut an mein Ziel zu gelangen? Oder was ist der entsprechende Vorläufer, aus dem ich das Zielmolekül gut machen kann? Weil dann kann ich mir überlegen, okay, wo müsste ich stehen, um dahin zu gelangen? Wo müsste ich stehen, um dahin zu gelangen? Und auf diese Weise kann ich mich quasi in Richtung meiner Position arbeiten oder in Richtung einer Position, die ich recht leicht erreichen kann. Und wann immer Sie so ein kompliziertes Problem haben, dann ist es wichtig, dass Sie sich am Anfang erstmal nicht zu sehr in Details verirren. Und das ist das, was ich damit meinte, dass Sie so ein bisschen ein Auge dafür entwickeln müssen, dass Sie größere Muster erkennen in der organischen Chemie. Also dass Sie nicht mehr denken an, okay, das Nukleophil greift hier an, was passiert dann als nächstes, was passiert als nächstes, was passiert als nächstes. Denn natürlich ist es gut, genaue Modelle zu kennen. Natürlich ist es wichtig, Mechanismen möglichst genau beschreiben zu können. Aber wenn Sie sich mal die beiden Bilder hier rechts angucken, das obere, das kennen Sie bestimmt aus der einen oder anderen Vorlesung. Das ist ein ganz berühmtes Bild von Magritte. Da steht auf Französisch drunter, dies ist keine Pfeife. Ich werde das nicht vorlesen, weil mein Französisch ist grottig. Was der Magritte uns damit sagen will, ist, naja, das ist nicht eine Pfeife, das ist nur das Bild von einer Pfeife. Eine Pfeife könnten Sie anstecken. Das, was Sie hier sehen, sind irgendwelche Striche auf Papier, beziehungsweise in Ihrem Fall Pixel auf Ihrem Bildschirm. Aber dieses Bild von einer Pfeife ist trotzdem wertvoll, denn es erlaubt es uns, etwas über die Pfeife zu lernen. Ja, wir wissen, da gibt es dann sowas wie ein Mundstück, da kann man wahrscheinlich dran saugen und wenn man hier Feuer drin macht, geht der Rauch wahrscheinlich nach oben. Das sind alles Dinge, die man über dieses Pfeifenbild lernen kann. Hier unten drunter habe ich Ihnen nochmal ein Bild von einer Pfeife gemalt. Das ist wesentlich einfacher. Das ist bei weitem nicht so gut wie das obere Bild. Aber mit dem lässt es sich viel, viel einfacher umgehen. Wenn Sie die Oberfläche dieser Pfeife berechnen wollen, ist das untere Bild viel, viel einfacher. Es gibt Ihnen eine Nährung, es gibt Ihnen nicht so ein gutes Ergebnis, aber es gibt Ihnen zumindest schon mal ein Ergebnis in der richtigen Größenordnung. Wenn Sie ein komplexes Problem haben, dann ist es natürlich nicht ganz so einfach, immer wirklich die detaillierte Betrachtung an jedem Punkt zu haben, sondern da müssen Sie so ein bisschen rauszoomen. Das vergleiche ich immer gerne mit so einem Fokus. Entweder Sie benutzen das Weitwinkelobjektiv und sehen das große Ganze oder Sie nehmen das Teleobjektiv und gucken sich einen Punkt ganz, 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 ganz genau an. Und es gibt zwei Möglichkeiten, ein guter Chemiker zu sein. Entweder Sie sind hochintelligent. Herzlichen Glückwunsch, dann haben Sie gewonnen. Dann können Sie nämlich einfach sich alles immer gleichzeitig ganz genau angucken. Aber wenn Sie ein Sterblicher sind, so wie wir anderen, dann müssen Sie wahrscheinlich die einfacheren Modelle benutzen, um das große Ganze zu sehen. Aber Sie müssen auch in der Lage sein, irgendwo mal reinzoomen zu können. Und dieser Wechsel zwischen den Modellen, dieser Wechsel vom einfachen Elektronenfallmodell, zum Beispiel zum Orbitalmodell, wie wir ihn bei der Diels-Alder-Reaktion gemacht haben. Diesen Wechsel gut und schnell durchführen zu können, das ist etwas, was einen guten Chemiker ausmacht. Denn dann können Sie Ihr kompliziertes Problem mit den einfachen Modellen analysieren und erst wenn es an Probleme geht, da reinzoomen und sich die Probleme ein bisschen genauer angucken. Was uns dabei hilft, ist Mustererkennung. Denn man muss nicht immer das Rad neu erfinden. Das heißt, wenn Sie ein Teilproblem haben, für das irgendwer anders schon mal eine Lösung gefunden hat, dann denken Sie sich nicht unbedingt eine neue aus. Wenn die Lösung gut ist, dann nehmen Sie die doch einfach. Das ist zum Beispiel das, worüber wir bei der bifunktionalen Synthese oder der Ringsynthese gesprochen haben. Da habe ich Ihnen so ein paar ganz spezifische Werkzeuge an die Hand gegeben, um spezifische Systeme machen zu können, die Sie jetzt einfach nur noch in einem Molekül erkennen müssen und dann sehen, aha, okay, hier, 1,3-System, dafür habe ich doch eine Lösung. Mensch, da kann ich doch Althol-Chemie für benutzen. Und auch bei nicht-chemischen Problemen kann man natürlich manchmal Lösungen benutzen, die andere sich schon ausgedacht haben. Nicht umsonst lesen heute noch Leute sowas wie Sun Tzu, die Kunst des Krieges oder irgendwelche chinesischen Strategäme, die einem sagen, wie man irgendwen anders überlistet. Auch das ist im Prinzip nichts anderes als ein althergebrachtes Werkzeug, das Sie auf eine neue Situation anwenden. Und da gehört natürlich auch zu, dass Sie nicht nur die Werkzeuge benutzen, die Sie schon in Ihrem Werkzeugkasten haben, sondern auch mal gucken, was es denn sonst noch so gibt. Also Stichwort Recherche. Es gibt heutzutage ganz, ganz tolle Literatursuchprogramme, wie zum Beispiel SciFinder, wo Sie einfach nur eine Umsetzung eingeben können und gucken, hat die schon mal jemand gemacht? Oder wo Sie ein Zielmolekül eingeben können oder ein Zielmotiv eingeben können und gucken können, was ist denn da in der Literatur, was gibt es denn da schon zu? Und da möchte ich Ihnen einen Satz mitgeben, den mein Postdoc-Supervisor immer sehr, sehr gerne ausgesprochen hat. Der hat nämlich immer gesagt, ja, ja, ein Monat im Labor spart einen Tag in der Bibliothek. Naja, damit wollte der uns nicht dazu animieren, mehr Zeit im Labor zu verbringen, sondern was er damit sagen wollte, war, denken, planen, handeln. Ja, ruhig erstmal gucken, was haben denn die anderen schon gemacht? Ja, vielleicht war ja jemand anders schon schlau und ich kann dessen Lösungen in mein Problem mit einbauen. Und wenn Sie das gemacht haben, dann sollten Sie sich ein bisschen um die Details kümmern. Ja, erstmal eine grobe Analyse machen und dann gucken Sie sich die Details ein bisschen näher an. Wenn Sie grobe Strategien ausgearbeitet haben, müssen Sie die irgendwie natürlich miteinander vergleichen und da gehört natürlich auch die Frage zu, naja, was ist denn hier eventuell ein Problem in meiner Lösungsstrategie? Kann mein Plan klappen? Da muss ich dann vielleicht mal ein genaueres Bild ansetzen, ein bisschen näher reinzoomen in mein ganzes Konstrukt, das ich mir da überlegt habe und überlegen und ganz kritisch hinterfragen, kann mein Plan denn wirklich klappen? Wo sind die Probleme in meinem Plan? Und da macht es natürlich auch einen entscheidenden Unterschied, wo sind die Punkte in Ihrer Lösungsstrategie, die problematisch sein könnten? Wenn Sie eine 18 Stufen lange Synthese kochen und die 18. Stufe ist die, die vielleicht klappt oder nicht, dann haben Sie vielleicht zwei Jahre Ihres Lebens damit verbracht, den Vorläufer zu kochen und dann festzustellen, huch, die letzte Schritt, der klappt ja gar nicht. Da ist es natürlich sinnvoll, vielleicht erstmal zu gucken, gibt es irgendein Testsystem, das ich irgendwie in ein, zwei Schritten machen kann, um diesen Schritt erstmal auszuprobieren. Da gibt es so ein Mantra aus der medizinischen Chemie. If you fail, fail early. Das rührt ein bisschen daher, dass die Entwicklung eines Arzneimittels, grob über den Daumen, zehn Jahre dauert, eine Milliarde kostet und am Anfang, wenn Sie eine gute Idee haben und loslegen, haben Sie so eine Erfolgschance im Promillebereich. Das heißt, nach hinten hin wird das Ganze immer teurer. Das heißt, wahrscheinlich werden Sie irgendwann an den Punkt kommen, wo Sie sagen, das geht wohl eher nicht. Wenn Sie aber an den Punkt kommen, dann kommen Sie lieber früher an den Punkt, weil dann haben Sie noch nicht viel Geld oder Zeit verwendet. Und das kann natürlich dadurch abgefangen werden, dass Sie halt sich sehr, sehr genau Gedanken machen oder vielleicht, wie schon gesagt, schon mal einen Teilschritt anhand eines Testsystems ausprobieren. Sie sehen also hoffentlich, diese Überlegungen, die wir hier angestellt haben, sind nicht nur dann sinnvoll, wenn Sie später organische Moleküle machen wollen, sondern auch, wenn Sie andere Probleme antreten. In diesem Sinne bedanke ich mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit über das ganze Semester hinweg oder über die Zeit hinweg, die Sie sich diese Videos, die hier auf YouTube bleiben werden, angeschaut haben und wünsche Ihnen ganz viel Erfolg bei Ihren weiteren Studien der organischen Chemie. Ich verlinke Ihnen mal hier am Ende ein paar Videos zu dem, was wir so machen, denn Sie haben ja vielleicht gemerkt, asymmetrische Synthese ist ein Thema, für das ich mich begeistern kann und das ist natürlich auch was, womit wir uns in der Wissenschaft beschäftigen. Für diese Vorlösung möchte ich mich aber jetzt erstmal von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren weiteren Studien der organischen Chemie und würde mich freuen, Sie irgendwann auch vis-à-vis einmal kennenzulernen. Bis dahin aber erst einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.